Ja, Leute, was geht denn? Ja, Leute, was geht denn? Ja, schon müsst ihr erst mal. Wird gerade gestartet. Wir schweben gerade, Junge! Ja, mit null Zuschauern. Was für ein Wunder. Ich muss den Stream finden. Entschuldigung. Lass als erstes mal... Qualität geht besser. Ja, kann man. Oh Gott. Das ist jetzt nicht die allerbeste. Ja. Dann lass mal... Okay, warte, ich geh mal eben noch analysieren. Aus dem Zustand gerade schlecht. Ehrlich? Du wirst ja okay. Du wirst ja noch okay. Ein aktueller Zustand? Ja. Ja, wie auch ich. Erfordere ich ein Video, dann wäre zu langsam gelungen. Wodurch ist zu verzorgen. Bei Videoöffentwicklung. Komm, bitte verwisern. Aber nicht, dass du nur in der Entfernung bist. Und hier... Okay, komm, komm, komm. Okay. Dann lass zu zweit... Ähm... Meining-Simulator spielen. Äh... Musst du damit anfangen? Und wieso dürfen wir beide nicht entscheiden, was wir wollen? Ne, wir machen das, was du willst. Was willst du denn? Na, gucken. Wir haben so viele Spiele schon mal gespielt. Vielleicht mit was kleinem anfangen? Eher... Wie... Clown Tycoon? Clown Tycoon? Clown? Clown. Er hat mir auch gedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab ganz... Ding, äh, Ding-Musik. Du bist so ein... Ich hab ganz jetzt noch fucking... Oh, warte mal. Wie singt. Jetzt bekomm ich Schelle. In der Behörde. Das ist... Ich hab ne richtig gute Idee, wie wir aussuchen können, was wir spielen. Was? Ich habe gerade mein Bildschirm komplett klein gemacht und hier werden mir gerade locker über 100 Spieler gesagt. Ich mache die Maus einfach so, du sagst Stopp und das spielen wir dann. Stopp! Warte, du musst es mal. Und du sagst Stopp! Ich muss eben näher. Ähm, ähm, ähm. Ich muss eben gucken, wo das war. Was hier? Ich weiß, was. Äh, wieso finde ich das jetzt ausgerechnet nicht? Da müssen wir mal aufwählen. Ich glaube, wir müssen gleich noch aufwählen. Okay, machen wir noch einen, oder? Sag Stopp! Sag Stopp! Sag Stopp! Sag Stopp! Das sind wir überhaupt nicht? Was heißt? Wir sind schon ein Peinfach. Okay, ich habe es mir nicht gerade irgendwie gewöhnt. dass ich den ganzen Tag in meinem Kopf es einmal sehen musste, weil ich sonst ihn ausfahre. So sag jetzt mal Stopp. Schibli, ba-dub, ba-dub, Stopp. Okay. Update, Escape, Grandpa's Haus, Obi. Ja okay, mach das. Okay Leute, wir fangen unser erstes Game hier mit den neuen Accounts. Dann nehmen wir uns auch 139 zu und das haben wir auch schon mal. Wird ein Auto sein? Ja. Ja. Was habe ich denn für eine Laufanimation? Kannst du bitte weggehen? No. Ich hoffe, wir bekommen jetzt keine Copyright-Musik. Das wäre sehr toll spielen. Ich würde einfach gar keine Darmarm gehen. Ich würde einfach ganz normal gehen. Ist super drin. Ja, wenn nicht. Das riech ja mittlerweile gerade nix. Aber hier ist diese Animation, oder? Papa. Warte, du, äh, das geht nicht anders. Du musst, du musst diese Animation nehmen. Du musst. Das hat das Spiel so gemacht. Nein, nein. Doch, doch. Ich wette mit ihr nicht. Ja, doch. Mal sehen. Oh, ja. Okay, dann ist das Spiel wirklich so. Lass mal was. Warte? Wollen wir nicht immer die Stages bescheiden? Nein. Also das hier sind halt solche Teppichfallen, wo wir rüber springen müssen. Ganz easy. So. Jetzt. Lava hier müssen wir. Der Floor ist Lava. Der Floor ist Lava. Oh Gott, Hilfe. Ah! Ah, ich bin auch mit dem Fall. Das macht doch kein Lava. Kein Lava. Kein Lava. Ja. Abkönsoren-Marschal. Nein. Das ist auch mit Teddy. Der Ding. Alles klar. Ich konnte nicht auf diese... Ich konnte nicht auf diese Lehnung gehen. Und wie es aussieht, macht der... Und nicht... Und nicht diese Stage. Da, wo wir... Doch, diese Stage. Oh, 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 oh. Oh Gott, ich kann mich noch voll daran erinnern. Und die war wirklich voll zum Kotzen. Ehrlich? Die war voll zum Kotzen. Mittlerweile ist die voll easy. Was soll... Herr Ellenrollen? Wieso haben wir die jetzt vorstür... Ich springe die Ball über die Klinge, weil ich ein Babo bin. Ich mach jetzt auch... Hier siehst du. Babo, ey. Warte, wir wollen eigentlich die Stage jetzt beschreiben. Wir sollen nicht direkt durchsprinten. Ja, also das ist... Wie sie fallen. Da... Okay. So, hier sind solche Billard-Kuhlen. Aber anstatt mit Zahn, mit Buchstaben. Äh... Bingo. Oh, das ist ein Wort. Ich fülle mir das jetzt auf. Will ich? Ist mir auch... Sollt. Äh... Äh... Eich raus. Try and click an ob... Objekt, objekt, to open a secret door. Hm... Wo könnte das nur sein? Oh, Leute. Das wusste ich ja nicht. Ne, das wusste ich ja gar nicht. Wollen wir mal ab jetzt volllesen, was er sagt? Ja, okay. Du bist dran. Ja. Looks like we are near to the core of the earth, better get back before we burn. Nur zur Info, wir sind auch relativ jung, deswegen wir können auch nicht so gut enden. Also... Falls... Ja, also wie es aussieht, ist das hier irgendwo unter der Erde mit ganz vielen Knochen von... Oh, ich kenne das auswendig. Hier in Labyrinths. Das kenne ich super auswendig. Hm... Ich hasse da wirklich runter. Ach, ne. Ech, die drin sind einfach nicht. Das ist mit ihm auch auswendig. Ich kenne es wirklich auswendig. Ich kenne es wirklich auswendig. Ta-da. Hängst bei mir voll. Nein, ich hab dich verloren! Wo bist du? Hallo. Hallo. Gott. Ja, hier. Hier was. Nee. Hä? Doch, doch. Hier wieder. Hä? Oh Gott. Ich kenne es auswendig. Ich kenne es damals auswendig. Vorlos. Du kenne es damals auswendig. Vorlos. Äh, damals... Doch, hier. Okay, da. Digga, was willst du? Junge, das war... Sag es... Hä? Kommt man hier überhaupt was? Na? Okay. Ich kenne es hier so einen kleinen... Ich kenne es hier so einen kleinen... Hier ist irgendwo so eine kleine versteckte Sache, wo man durch kann. Das wärs. Wir haben... Da sind die zwei Nussrins. Fertig. Als Opfer. Als Op... Ja. Du hättest selber nur mal weiter gehen müssen. Wo bist du? Und könnte ich dich jetzt antreffen? Hallo? Hast du es geschafft? Ja. Ja. Du hast auch eine Rechnung. Äh, ja. Gut. Vielen Dank. Bist du da? War... Damit kann ich mich noch an mich erinnern, als da so jemand war. Damit... Ist das das, was ich denk, dass es das ist? Rauchen. Rauchen ist scheiße. Ja. 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 Wie advertisingfor innovatoren. Ja. Was ist das? Ich bringe dich kurz an. Ja. Na, ich hab ja noches Arzt. Ja. Also ich hab ja in denellschio müssen oder sofort. Ja. Ja nochmal, aber... Notebook bis slideshow etwas hatten ist... Ja. Ich hab ja auch nochen... Ja. Ein junger Stonch ist schon ein bisschen nervig. Warte, warte, bin ich gerade im Gaming-Game? Warte. Wieso, bin ich König? Habe ich Rechte? Habe ich irgendwas? Ey, du musst mit dem Akkampf, wo ich online bin, du musst dem mal bitte Rechte geben. Achso, stimmt. Ich will mal durch sprechen und zocken dran. Ja, wir sind doch noch dabei. Spielen, spielen. So, danke. Also alle gemeinsam. Der geht auf. Ja, mach das. Commander. Moderator. Ja. Klar? Klar. Klar und deutlich. Ев致li? Alter, was sind denn live denny mit davon? Da ist ein Mikrofon. Das sind die Photoshop drauf. Da ist 0. Das ist es! Stimme! Das sind nå Bohrmaschinen! Ja, diese Bohrmaschinen, ey. Ich muss mal ganz kurz in einen anderen Raum. Nein, das ist... Oh mein Gott. So, irgendwas ist mit deinem Mikro. Oh. Ich muss ganz kurz in einen Game. Alter, soll ich ziemlich... Okay, er hat gerade den Mikrogramm, das heißt, er stellt sich gerade irgendwas an. Ja, los. Er soll aber ein bisschen weit bitten. Oh, neue Zuschauer. Echt? Ne? Äh, Kassa? Ja. Hallo? 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 Oh, ganz hallo. Wie? So, hallo, hallo, hallo. Also, immerhin? Weil ich mich am lautesten von euch allen weiß ich von euch allen. Ja, nein. Wo wollen? Hallo? Ja, jetzt geht's. Hallo. Ehrlich? Und was ist da mit deinem Mikro los? Ich bin verwirrt. Du hast ne Bohrmaschinen gerade gehabt. Ähm... Soll ich... Soll ist, glaube ich, ein Minecraft-Yout... Ein Roblox-Youtuber. Aber ich spiele auch sowas wie Woffenspiele. Okay, Joe. Ach? Warte, bist du noch da? Ja, klar. Warte, ich höre dich nicht. Ja? Na? Nein. Äh... Warte mal. Gott! Was aber zum Beispiel? Leggy... Leggy... ...wideos... So. Hallo? Hallo? Hallo. 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 Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ist es jetzt besser? Ja, ja, wirklich. Ich höre mich nicht doppelt. Ja! Ist es besser? Klar, klar. Viel besser, weil... Sehr viel besser. Es ist sehr viel besser. Ja. Ich habe irgendjemanden doppelt. Also... Ehrlich? Ich? Auf jeden Fall, ich habe mir gerade... Ich weiß, ich habe gerade den Stream geguckt. Also nachgeguckt. Mit Ton und alles drum und dran. Und dann habe ich das selbst gehört. Ich musste mich kaputt lachen. Und in dem gleichen Moment kam mein Vater rein. Ich muss jetzt essen, aber ich habe gleich noch... Oh, sorry. Ich habe gleich noch bis 9 Uhr Zeit. Ich hatte Schule. Oh, ich hatte Schule. Also... Kann ich gleich mit euch zocken? Ja, klar. Kannst du gerne machen. Okay, dann komme ich jetzt gleich nochmal in Discord. Ich muss dann aber kurz raus. Ciao. Ciao. Oh... Okay, wir können... Wieso hast du die Stage weitergemacht? Achso, ähm... Weil ich Lust auf hatte. Äh, Leute! Habt ihr das gerade gesehen? Oh! Ich bin gerade geschwungen! Sex bei mir ein bisschen. Sex bei mir. Ehrlich? Ja. Ja wegen Stream wahrscheinlich. Werde ich halt. Nein, also mit der Stimme meine ich. Ja wegen Stream wahrscheinlich. Werde ich halt. Kuckucksohren. Warte mal. Deine Kuckucksohren. Äh... Ich hoffe, dass ich den Kuckucksohren kurz eingeben. Okay, was ist dein Wort, was du laberst? Kuckucksohren kurz. Weißt du so? Nein, du lächst bei mir. Ich weiß. Was? I'm hacking? I'm hacking. Weil ich nicht auch. Ich schätze... Welches Loch? Nein, man ist fett. Ah! In der sind wer von der... Exa! Hä? Ich bin in seinen Bauch! Was? Also man muss ja sagen, er isst ja noch ganz normale Sachen. Bis dahin. Hä? Also Burger... Kühnchen... Hotchok... Ich muss alles wieder von vorn machen, weil es mir irgendwie gelegt hat. Ja toll. Na toll. Mhm. So, jetzt geht's. Er isst auf dem Taco. Also erst noch... Er frisst... Er frisst noch normal. Er frisst wirklich noch normal. Aber die Oma nicht. Die hat das Menschen gegessen, alter. Wer isst so? Ey, warte, wo bist du grad bei welchem Stage? Äh, warte. 17 Uhr? Ja, warte mal. Ich bin noch nicht so weit. Äh, kannst du mal oben kurz? So, weiter geht's. Let's go. Also keine Ahnung, was... Keine Ahnung, was das hier sein soll. Hä? Hä? Ich bin ganz klar nicht gestorben, aber auch einfach. Okay, hier sind Laser, die sich bewegen. Easy. Oh ja. Das ist einfach. Einfach rüber und runter. Einfach rüber und runter. Wow. Okay, was soll das jetzt sein? Ist das Slimes oder was auch immer? Aber halt nur... Äh, hier. Rot, rosa gefärbt. Ich glaub ich hab das Spiel kaputt. Ohhhh. Jetzt kommen wir aus dieser einen Stelle wieder raus. Welcher? Auf gut Deutsch gesagt, was hier drinne ist, ist eine Kaka. Also wir kommen aus dem Popo raus. An allen, die das Spiel nicht kennen. Ha! Geschafft! Ohne Probleme diesmal. Ciao! Ich hab' aber nicht gedacht, dass wir noch einen Zuschauer heute bekommen. Nein, ich hab' auch nicht gedacht. Jetzt jetzt wieder. Oh nein! Nein! E-T-Rated. Oh! 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 Ich hoffe da kommt noch ein Blüchkorb. Ich hoff' da kommt noch ein Blüchkorb. Ich höre dich nicht. die reiz wenn ich mich mit musikern infokarte die dinge verschwinden nach einer zettel ich war ja fast runtergefallen das ist ja wieso Das ist die, wo wir immer diese Musik nehmen. Ist mir egal, die facken mich ab. Ich mache jetzt Pause. Die macht doch jetzt Pause. Oh, leckt so hot. Oh, leck. Oh, leck. Oh, leck. El. El. Oh, leck. Warte, die Qualität ist... Oh, leck. Oh, leck. Oh, leck. Also, ich nüge mich dann, Leute. Ich komme in 10 Minuten wieder und schau. Ich spiele jetzt Phantom Forces. Typ. So. So. Wäre ja da schwierig, fände ich das kennen. Das ist so ähnlich wie... Können wir die... Können wir die... Können wir die... Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte in den Live-Chat beschreiben. Discord allgemein gehen. Und... so. 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 Man spielt auch noch ein bisschen mehr als 10 Minuten, werden. Kurz. Hör dich kaum wieder? Kann kurz da. Also kurz. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war gerade das. Jetzt müssen wir warten. In der Zeit. Wie ich könnte brauchen. Keine Sorge. Ich spiele es nicht zum ersten Mal. Aber auf dem account nur. Ah, let's go. Ähm. Was? Ähm. Was? 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 Hallo. 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 Gibt's? Hallo. Hallo. Wartet mal. Okay. Wartet mal nochmal. Wie ist das? Wilhelm? Auch ein Blumenkitz weg. Oh! Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hello. Leute. Alles ist weg. hallo zuschauer ist es der mysteriöse oder nicht ich höre meine mein mikrofon ist immer noch ich verstehe nicht warum ein mikrofon so kacke ist das ist ja es war eigentlich die ganze zeit besser vielleicht kriegt es am internet ja okay steht dafür ja ich gucke nämlich gerade nebenbei den stream ich kann ja auch sehen was du machst machst du oft youtube oder nicht so 15 aufrufen 6 jetzt geht das mikrofon also es ist besser als vorhin sag ich mal ein leichter lassen du hast jetzt 30 abonnenten hat die glocke aktiviert bekommen gott die wird schön willst du auch so was in mein kopf ich habe ja du ich habe den mein kopf launcher ja ich habe sogar gekauft bekommen ich habe keine freundin ich habe keine freundin ich gucke mal jetzt vergessen zu stummt ich habe noch nie so viel auf einmal gerüstert spiel hier denn überhaupt minecraft ja klar ja hey jetzt haben zwei geliked ehrlich und das sind jetzt drei schusschauer zuschauer 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 unser rekord noch zehn jetzt ist das die jetzt beide gucken oder es sind vier locker der mystery locker der mystery locker zuschauer das ist ein vorlauf zu einer kommt ganz gut und ist direkt wieder weg ja als game zu spielen ich jetzt ist nicht mit allem einverstanden ich habe in roblox ja den besten judas klub ja wir haben die das sind ja und entdeckt und kost wie heißt die denn Kettlöschter zugreifen die schreibung ja das kannst du eigentlich sind nicht du kannst um zählst er aufrufe zeichen Katzengemer oder dann beschreiben oh warte 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 ich habe Kettlöschter falsch geschrieben schick du mir mal da eben eine F ah ich habe Kettlöschter falsch geschrieben ihr seid die gaming gang oder ja ja ich bin gaming gang hast du das Problem damit gehört nein ich habe nur ey es ist nur noch ein schusschauer schusschauer ja ich meine zuschauer ja okay einmal Katzengemer Kommandant 2007 hä ist einer von euch 11 Jahre alt? das ist Minecraft das ist Minecraft achso ja sicher ja ja ist einer von euch 11 Jahre alt? ähm nein nein ich bin 18 ich bin auf gar keinen Fall 11 nein jetzt wirklich wer von euch ist ungefähr in diesem Bereich 11 ich bin ungefähr also ich bin so ungefähr 11 ja ich bin 11 so ungefähr ich bin 9 hä? ich höre mich jünger an ich bin 9 11 das liegt das liegt an meinem Mikrofon Mann Mann wo ist der Palme an deinem Mund? das gute ist wenn ich jetzt auf einen Teamspeak Server gehe obwohl ich keinen Teamspeak ich habe auch die Haare wenn ich da jetzt drauf gehen würde dann denken alle ich habe einen Stimmverzehrer AHHHH habe ich aber nicht das ist klar das ist mein Mikrofon deswegen habe ich auch kein Teamspeak weil wenn ich Teamspeak mache dann stelle ich mein Mikrofon komplett äh hast du FA geschickt? so nein habe ich noch nicht also nur mal so weil äh also nur so weil sind das jetzt einfach so sind das jetzt einfach so sind das jetzt einfach so ich glaube du hast gerade du hast da gerade irgendwie gesagt dass du da äh halt Katzengeber 3434 und dann droht 2007 das sind unsere Minecraft Accounts nochmal so ja was hab ich jetzt richtig ah so dumm bin auch nur da ich da ist nun Minecraft in Roblox Minecraft heiße ich Jonas in Deutsch und in Roblox heiße ich Jonas Deutsch und das ist 10 ich glaube also ich glaube du heißt Jonas kann das sein? nein 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 ich habe jetzt Kat Drifter eine Frage geschickt mir auch ich will auch Freunde haben du halt hast du wie viele Roblox hast du? wie viele Roblox hast du? in echt heißt ich anders in echt heißt ich anders aber hä wie viele Roblox hast du? aber den Namen möchte ich nicht in der öffentlich ich? äh äh 74 AAAAAAAA hast du das denn für eine schönste zu mir schon Werbung bei Whatsapp gezeigt? ich krieg tagtäglich Kettenbriefe voll blöd jetzt will ja Whatsapp Kettenbriefe äh blockieren das heißt wenn jemand den Kettenbrief schickt wird das automatisch blockiert hast du Roblox? hast du Roblox? und du mein Profil OBC hast du zu verarschen? ist das gut oder? nein OBC kostet 20,99 Euro monatlich den habe ich jetzt für einen Monat bekommen von Roblox aber ich habe ihn auch bezahlt ich ergebe total Sinn ich ähm habe hier unten zu verstehen dass ich keine Anfragen akzeptiere tue ich bei manchen Leuten auch wirklich nicht also wir sind die einzigsten Freunde von dir die keine Roblox haben aber wir haben gerade diese Accounts erstellt weil wir nicht unsere Original Accounts dafür halt verwenden wollen ja na toll hey warum macht ihr das nicht? ihr müsst doch keine Freundschaftsanfragen annehmen die folgen euch vielleicht ja wollen wir aber auf jeden Fall ja ihr habt recht obwohl nein ich habe hier noch einer der keine Roblox hat ey ich bin auch mit diesem Atlas HD da auf meinen normalen Account befreundet kennst du den? ich glaube ich bin auch mit ihm befreundet hast du den auf Discord? Discord? ich habe ihn nur irgendwann mal auf ähm Roblox auf A geschickt Atlas HD ist ein Freund von mir ich glaube ich schon ich bin mir nicht sicher egal Atlas hat auf jeden Fall auch keine Roblox äh Fabrizio 1 PS ist mein Bruder und Letizia und Letizia 1 3 7 keine Ahnung Letizia 1 3 7 ist meine Schwester sie hat Roblox bekommen mein kleiner Bruder hat Roblox bekommen und dann Max Master ist mein Freund den habe ich den kenne ich aus der Schule Hallo Lukas Seid die Richie Gang Seid die Richie Gang Seid die Richie Gang Der Stream läuft noch oder? Jaja klar Jaja klar Jaja klar Jaja klar Jaja klar Ega was mit ihm los? Ich glaube ich mache jetzt stream aus Hast du das gerade auch gehört? Ich glaube ich Ah! Willkommen! Hast du das gerade auch gehört? Willkommen! Willkommen! Lukas Heiß Käse Mai Was? Käse Maui Käse Maui Alles klar Oh Gott ich glaube irgendwas stimmt mit seinem Mikrofon nicht oder mit ihm selber nicht Meinst du jetzt äh Meinst du jetzt Katzen Gamer? Ja Heiß Käse Maui Heiß Käse Ja ich glaube ich höre jetzt mit dem Spiel auf Ciao Ciao Leute Soll ich sagen?